Die digitale Revolution verändert die Arbeitswelt und das lebenslange Lernen. Arbeit 4.0 ermöglicht völlig neue Formen des Arbeitens. Doch das ist nur der Anfang eines durchgreifenden Strukturwandels. Mit den Folgen für die Zukunft der beruflichen, akademischen oder allgemeinen Weiterbildung beschäftigt sich der zweite Weiterbildungstag des Landes Schleswig-Holstein anlässlich des Deutschen Weiterbildungstages, der bundesweit mit zahlreichen Aktionen begleitet wird. Die zentrale Landesveranstaltung zum Deutschen Weiterbildungstag findet am 29. September 2016 ab 18 Uhr in Lübeck im Fraunhofer EMB statt. Aber auch tagsüber wird über digitale Weiterbildung diskutiert. Im ersten Block ab 14 Uhr bietet die Fachhochschule Lübeck kostenlose Webinare zum Thema digitale Weiterbildung an. Hier werden digitale Ansätze und Methoden in der Weiterbildung diskutiert und direkt ausprobiert. An den kostenlosen und nur online stattfindenden Webinaren kann jeder teilnehmen. Im zweiten Block eröffnet dann Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Frank Nägele um 18 Uhr eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Weiterbildung 4.0 im Kontext von Arbeit 4.0. Um diese und weitere Fragen geht es bei dieser spannenden Diskussion. Auf www.oncampus.de können Sie sich für die Veranstaltung und auch für die Webinare anmelden und erhalten weitere Informationen zum Weiterbildungstag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017